Wir haben nun eine Live-Schaltung zu David Kriesel, einem Experten auf dem Gebiet der Datenanalyse. Herr Kriesel, wie steht es um unsere Daten? Message, die ihr euch auch mitnehmen könnt, wenn ihr was im Bereich der Data Science macht. Rohdaten sind geil. Behaltet immer alle Rohdaten, wenn ihr es irgendwie vom Speicher bezahlen könnt. Dann könnt ihr nämlich im Nachhinein alles Mögliche tun. Also gilt Finekes Informationsgesetz. Für weitere Einblicke in diese Thematik, sehen Sie unseren Bericht Informationslogistik, Nichts für Dilettanten, am 20. April um 12.15 Uhr. Bleiben Sie dran!